Mir fehlen die Worte. Ich würde nicht unbedingt im Positiven als auch nicht im Negativen, sondern einfach, was hier passiert. Und zwar, erstmal herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt neue Infos im Vergleich zum letzten Patch Notes Video, wo eben ganz zum Schluss, als die Street Fighter announced worden sind, genannt worden ist, dass es in diesem Jahr noch ein großes oder größeres Update geben wird, was den Automodus angeht. Dass sie den Automodus ein bisschen verändern wollen. Und hier haben wir Entwicklernotizen, wie dieses neue Autosystem aussieht, was ich euch hier in diesem Video vorstelle und auch aber meine Meinung da sage, wie ich finde, wie das umgesetzt worden ist. Also, Automodus bzw. Repeat-Battle-System wird es in den nächsten Patches geben. Das bedeutet, wer vielleicht Skylanders gespielt hat, kennt es bei Skylanders, dass ihr 10 Kämpfe in Folge machen könnt und danach den Loot dann seht. Also, dieses, ich sage es immer, Wiederholungskampfsystem, dass ihr praktisch nicht nach jedem einzelnen Kampf wieder auf Replay, auf Start drücken müsst, sondern ihr könnt 10 Kämpfe in Folge machen. Also, hier steht es, you can battle 10 times in a row. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum zeige ich die Patch Notes auf Englisch, das liegt daran, weil einfach in den englischen Patch Notes sehr, 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 sehr viel weniger, ich sage extra weniger und nicht keine, sondern sehr viel weniger, Übersetzungsfehler sind als in der deutschen Version. Es gab in der Vergangenheit wirklich so viele Fehler in der deutschen Patch Notes, weshalb ich, wie gesagt, immer die englischen lese und für euch die übersetze. Also, ihr könnt 10 Mal in Folge kämpfen und das könnt ihr machen über das Gateway auf eurer Karte. Das ist dieses schöne Gebäude, was wir, glaube ich, auch schon zum Teil haben, wo man zum Beispiel draufklicken kann, um dann sich anzeigen zu lassen, dass man Chaos Dungeons machen kann. Nutzt keiner, gibt es aber in der Tat. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diese Auto-Battle-Sachen starten, die ich euch gleich zeige. Deswegen, das geht nicht über die ganz normale Map, also ihr geht praktisch auf Kämpfen unten und dann auf Chaos Dungeon und dann klickt ihr dort Giants, Dragons, Necro an. Nein, es geht über dieses neue, oder beziehungsweise über das bestehende Gebäude. Während diesem Auto-Modus-Battle von diesen 10 Kämpfen könnt ihr weiterhin Sachen machen. Ihr könnt Monster-Power-Uppen in eurem Circle, ihr könnt Monster beschwören, ihr könnt Artefakte, Runen upgraden, ihr könnt fast eigentlich alles machen, bis auf anderweitig Kämpfen. Also ihr könnt nicht nebenbei Guild Wars machen oder Arena oder ich mache jetzt Auto-Modus-Dragons und farm selber Giants oder so. Das geht nicht. Also alles, was irgendwie dann Kämpfe beinhaltet, funktioniert während dieser Zeit, wo ihr diesen Auto-Modus aktiv habt, nicht. Ihr könnt in Echtzeit euch angucken, wie dieses Auto-Modus-System läuft, welche Belohnungen ihr bereits erwirtschaftet habt und Ähnliches und könnt ihr auch meines Erachtens in Echtzeit aussortieren. Und zwar sieht das so aus. Wenn ihr auf diesen kleinen Kreis, wie ich gerade gesagt habe, hier auf der Karte klickt, kommt ihr hier in die, ich sag mal, Vorbereitungsansicht. Hier könnt ihr währenddessen Szenario, Chaos-Dungeon, Rift-Dungeon. Deswegen diese Bereiche könnt ihr derzeit Auto-Modus farmen. Comptour schreibt unten drunter noch ein bisschen weiter, dass sie auch in näherer Zukunft auch noch weitere Sachen implementieren wollen, wie zum Beispiel Dimension Hall oder Ähnliches. Ihr klickt also hier eins von diesen Sachen an, wählt dann aus, was ihr wollt. Also hier steht es auch nochmal. Szenario, gehen alle Stages, alle Schwierigkeitsstufen. Chaos-Dungeon gibt es alle Schwierigkeitsstufen von Giants, Dragons, Necros, Defortage, Pines or Crypt, Hall of Magic und allen Attribut-Dungeons. Und bei Rift-Dungeons gibt es auch Elemente. Das heißt, kein Raid-5 ist dort dabei. Rift-Dungeons, aber schon was ebenfalls meines Erachtens sehr nice ist. Dann, wir können praktisch ein Deck, also eine gewisse Kombination von Monstern für dieses Battle nehmen, was man jetzt hier unten ganz gut sieht. So sieht das Layout oder das Interface aus. Auf der linken Seite läuft in Echtzeit euer Battle mit euren Monstern, die ihr gewählt habt. Ihr könnt oben sehen, bei welchem Run von den 10 seid ihr gerade. Daneben, wie viel Energy ihr noch habt. Und rechts daneben seht ihr auch Sachen wie Record. Also ihr könnt gucken, welcher von diesen Runs, die ich gerade gemacht habe, war der schnellste, mit welchem Team. Beziehungsweise das Team ist immer dasselbe logischerweise. Aber welche Zeit es hatte. Ihr seht den gesamten Loot bisher von Crystals, Energy, Mana und eben auch Drops. Und ihr könnt hier in Echtzeit auch die Runen euch angucken und verkaufen. Genau, das habe ich euch hier alles erklärt, in der Tat. Deswegen überspringe ich ein bisschen. Wenn ihr 10 von 10 Runs gemacht habt, sieht es folgendermaßen aus. Ihr seht die gesamte Clearzeit. Und was hier auch sehr schön ist, ist die durchschnittliche Clearzeit. Seht ihr auch von diesen 10 Runs. Und auch wirklich die beste Zeit von den 10 wird auch nochmal angezeigt. Rechts, wie gesagt, der Loot, den ihr dann auch sofort aussortieren könnt. Dann könnt ihr unten links entweder auf Select Dungeon drücken und eine neue Dungeon wählen für den neuen 10x Auto-Modus. Oder ihr macht Replay, dann fängt wieder alles von vorne an. Oder ihr schließt oben das Fenster und könnt was anderes machen. Hier sieht man nochmal ein bisschen, wie das dann aussieht mit dem Recorder-Screen. In welchem Run ist fast gedroppt. Und ihr seht hier auch zum Beispiel, wenn in einem Run irgendwie ein Monster gestorben ist, wird das so grau hinterlegt, wie hier unten bei dem zweiten Run beispielsweise. Genau, hier steht nochmal, was da alles steht. Clear Time, wie viel Win-Lose ist, beziehungsweise ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass wenn ein Loose kommt, bricht das automatisch eh ab. Muss ich gleich nochmal gescheiter nachlesen. Und eigentlich, was hier alles steht, habe ich euch eigentlich alles wirklich schon erklärt. Weshalb ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehe, damit das Video auch nicht so extrem lange dauert. Wie ich sagte, könnt ihr nebenbei auch ganz viele andere Sachen machen. Also ihr startet das, das läuft immer im Hintergrund. Und ihr könnt dann oben rechts, so dieses kleine Viereck, könnt ihr das minimieren. Und könnt währenddessen, wie gesagt, total viele andere Sachen zusammen machen. Eine genaue Liste gibt es in der Tat hier, was ihr machen könnt. Also Available to Use sind alles, was ihr machen könnt. In den Guilden-Shop könnt ihr gehen. Und ihr könnt Packs nebenbei kaufen. Ihr könnt ins Guild-Menü gehen. Ihr könnt verschiedene Decks auswählen. Zum Beispiel auch für Tatris und so weiter könnt ihr was erstellen. Ihr könnt in den Arena-Shop gehen. Ihr könnt Arena-Devs aufstellen. Beispielsweise, wie gesagt, Runen verwalten, upgraden, grinden, enchanten. Könnt ihr alles nebenbei machen. Monster fusionieren, Monster leveln, Monster summonen. Crafting-Gebäude, da könnt ihr Runen craften. Ihr könnt den Wish am Tag machen. Also die Liste ist wirklich ziemlich, 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 ziemlich lang. Was ihr nicht machen könnt, ist zum Beispiel, dass ihr Monster erweckt, die in diesem Auto-Battle-System derzeit drinnen sind. Falls ihr da warum auch immer unerweckte Monster spielt. Wie zum Beispiel in Necro mit Abigail. Ihr könnt, wie gesagt, keine Art von PvP-Battles irgendwie machen. Und ihr könnt auch, ähm, beispielsweise Transmogs und auch Transformation-Items, also diese Flügel von RT zum Beispiel und ähnliches, könnt ihr auch nicht auf die Monster, ähm, die ihr derzeit spielt, anwenden. Ich weiß nicht genau, wieso das nicht geht. Vielleicht, weil sich dadurch vielleicht diverse Animationszeiten ändern oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es funktioniert nicht. Keine Ahnung, wieso. Naja. Deswegen, das ist der zweite Punkt hier. Awake a monster participating in the repeat battle and a transmorphic monster participating in the repeat battle. Also, weiß ich nicht, warum es nicht geht, aber es geht in der Tat nicht. Ähm, genau. Wenn ihr das Monster, wie gesagt, so schließt, ähm, habt ihr eben die Anzahl der Runs, die gerade laufen, über dem Gebäude, wo ihr dort, wie gesagt, in diesen Automodus reinklicken könnt. Ähm, genau. Hier gibt es jetzt noch kleine Regeln zu diesem Automodus-System. Also, es sind, ähm, immer 10 Battles. Man kann, ähm, nur diesen, diesen Automodus machen, wenn ihr den Bereich, wo ihr wart, schon gecleared habt. Also, ihr könnt nur Giants 7, zum Beispiel, im Automodus spielen, wenn ihr Giants 7 auch schon gecleared habt, selber vor diesem System. Beziehungsweise, wenn das System draußen ist, dann eben. Ähm, und auch in Rift Dungeons ebenfalls müsst ihr mindestens einen D-Rang oder höher schaffen. Also, mit F-Rang, zum Beispiel, funktioniert es nicht. Man kann in diesem Auto, ähm, Wiederholungs-Battle kann man, wie gesagt, nur eine Gruppe von Monstern aufstellen. Also, nicht sagen, ich möchte in dem Run Death Team, in dem zweiten Run möchte ich gerne Death Team haben, im dritten Death Team. Es ist immer dasselbe. Außerdem können wir keine Rap-Monster von Freunden mitnehmen. Ähm, das nächste ist, wie gesagt, man kann die Decks nicht change, habe ich auch schon gerade gesagt. Ähm, es wird komplett im Automodus gespielt. Also, man kann da nicht irgendwie, ähm, während einem Run umschalten. Ah, das will ich doch kurz Manual-Mode machen oder so. Funktioniert ebenfalls nicht. Dann der Satz hier, wie gesagt, mit, dass die Monster, die da mitten kommen, äh, nicht, äh, währenddessen erweckt werden können. Oder diese Transformifications equippen können, habe ich auch erwähnt. Und ansonsten, ähm, dieser automatische Modus endet unter drei Kriterien. Entweder, wenn eure Energy leer ist. Das heißt, der füllt die nicht automatisch nach, sondern wenn sie leer ist, brechen die Runs einfach ab. Und es geht auch nicht weiter, wenn zum Beispiel das Runen-Storage, das Grindstone-Storage, das Enchanted-Gem-Storage oder das Artefakt-Storage voll ist. Dann geht es ebenfalls nicht weiter und bricht ab. Oder, und hier steht es eben, deswegen munter ich mich, dass es oben ein bisschen anders angezeigt worden ist, unter anderem. Und zwar, wenn man in einem Battle komplett stirbt, also, dass der Run praktisch ein kompletter Wipe ist, dann bricht der Automodus auch automatisch ab. Soviel zu den ganzen Infos. Jetzt kurz, ähm, noch einen Satz, den ich hier dennoch leider nicht verkneifen kann. Ähm, auch wenn ich wieder weiß, da kommen diverse Kommentare und Dislikes. Aber, ähm, ich finde das Update wirklich mega. Dieses Update haben sich die Leute von, von, die jetzt seit so vielen Jahren SW spielen, seit sechs Jahren gewünscht. Seit die, seit dieses Game existiert, wollten wir diesen, diesen Automodus. Ich finde, er ist sehr gut umgesetzt. Also, nicht nur einfach, ähm, wie es beispielsweise in Skalenders ist, dass du mal zehn machst und musst dann wirklich warten, nächstes Tablet weg und kannst nichts machen. Dass du wirklich auf die Insel gehen kannst, dass die Insel dekorieren kannst, dass man Runen upgraden kann, nebenbei wirklich produktiv neben dem Automodus-System spielen kann, ist sehr, 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 sehr gut. Deswegen, ich finde das wirklich sehr gut. Aber, es gibt eine Sache, die ich dennoch kaum zuerst ankreiden muss, denn meine Frage ist, wieso jetzt doch? Ja, nicht falsch verstehen, ich finde das mega, aber ich frage mich, wieso jetzt doch? Comptors hat immer gesagt, es wird kein Automodus geben und wirklich bei jedem Comptors-Stream war die Frage, warum gibt es das nicht, warum gibt es das nicht? Warum gibt es das bei Skylanders? Warum in SW nicht? Und es wurde immer von Comptors gesagt, wir machen das nicht. Es wird kein Automodus-System in Summonos War geben. In Skylanders gab es das, weil Skylanders war ein anderes Entwicklerteam als Summonos War. Ich fand es schon immer komisch, dass dieselbe Firma der Meinung ist, in dem einen Spiel ist Automodus gut, in Skylanders, und im anderen sagen sie, nee, dann machen wir es nicht. Habe ich bis heute nie verstanden. Und die Begründung von Comptors war, weil sie Angst hatten, wenn sie in Summonos War auch diesen Automodus machen würden, dass die Leute irgendwie das Interesse verlieren und weniger spielen, weil sie sagen, ah, ziehe mein Automodus, ich lege das Handy weg und ich schaue vielleicht mal später drauf und letztendlich wird Farmen noch uninteressanter, als es eh schon ist, deswegen Leute hören vielleicht auf oder ähnliches. Das war die Meinung von Comptors. Habe ich nie verstanden, weil ich meine, klar, Runenfarmen ist ein großer Aspekt im Game, aber das essentiell wichtige oder spannende an dem Game finde ich ja dann, was man aus diesen Runen macht. Das Runen upgraden, das Gucken, für welches Monster kann die Rune sein? Wie passe ich meine Runen so an, dass ich ein Team bauen kann? Deswegen, auch früher saß nie jemand vom Handy, klickt einen Giant Run und schaut, oh, wahnsinnig Monster fertig und ist so spannend. Nein, deswegen, ich weiß nicht, was kommt, du hast dazu verleidert, jetzt nach all diesen Jahren ihre Meinung zu ändern und zu sehen, dass das einfach ein tolles Prinzip ist und sogar erstens die Leute mehr Payen werden, nach dem Motto, die Energy geht schneller leer, in Anführungsstrichen, weil Leute jetzt meines Erachtens auch mehr spielen. Das heißt, Profit für Comptors, das ist ja schon mal der erste Grund für die. Und wie gesagt, dass die es so gemacht haben, dass man nebenbei sehr viele Sachen machen kann, nimmt doch einfach diese, wie soll ich sagen, diese Panik von Comptors, dass sie Angst haben, oh, wenn wir jetzt den Automodus machen, dann spielen die Leute vielleicht weniger. Also, ich glaube, keiner spielt jetzt weniger, sondern sogar mehr. Also, ich bin froh, dass Comptors nach sechs Jahren endlich, ja, sich dazu geeinst hat und überwunden hat, zu sagen, hey, eigentlich ist es doch eine gute Idee, das zu machen und jetzt endlich nach jahrelangen Predigen der Community endlich gesagt hat, okay, passt auf, liebe Leute, wir geben euch einen Automodus und es wird so und so ablaufen. Ja, dennoch wollte ich es ansprechen, ist jetzt, wie gesagt, kein Flamer und Comptors oder Ähnliches, sondern ich will jetzt einfach nur den Werdegang erläutern, wie das halt früher war, wie wir hingeredet haben, es kam nichts und jetzt kommt es doch. Deswegen, wann das Update kommt, sollte es sogar sehr bald sein. Hier steht in der nächsten Jahr so ein 6.0.4, das heißt nicht irgendwie Ende des Jahres oder so. Aktuell sind wir, glaube ich, auf 6.0.2 oder vielleicht sogar 3, weil irgendein Hotfix, glaube ich, gekommen ist. Deswegen sollte eigentlich in einer der nächsten, wenn nicht sogar im nächsten Patch kommen. Ich bin sehr gespannt, würde mich auch über die Kommentare in der Comment-Section freuen, wie ihr den neuen Automodus jetzt rein von den Infos, die ihr bekommen habt, findet. Und bin sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich ehrlich gesagt auch, wenn das endlich rauskommt, weil man nämlich dann einfach auch nebenbei während dem Farmen auch weiterhin Sachen machen kann, was ich sehr gut finde. Also ich persönlich finde es mega. Deswegen vielen Dank an Comptors, dass ihr das nach 6 Jahren hinbekommen habt. Danke. In dem Sinne, macht es gut. Vielen Dank fürs Guckucken und wir sehen uns im nächsten Stream oder am nächsten YouTube-Video. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.